Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal Among Us für die Leute, die vielleicht Among Us lieber mögen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so Leute auf meinem Kanal gibt. Warum heiße ich so? Ich habe mich mal zum Spaß so genannt. Eigentlich sollte ich nie wie heißen, so nenne ich mich, seit ich es heruntergeladen habe. Ich bin so ein großer Among Us Fan. Ich habe schon zwei Videos von Among Us gemacht. Ich finde, es macht voll viel Spaß und wir gehen mal wo rein. Und ich bin halt eigentlich immer lila, aber lila ist leider vergeben, deswegen war ich mir schnell zu pink. Leider. Aber egal, dann müssen wir eben so sein. Genau. Heute werden zwei Videos kommen, glaube ich, weil es noch ein richtig cooles Video kommt. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich hoffe, das coole Video kann ich heute machen. Es geht auf jeden Fall um Adopt Me und um, ja, ich sage nicht genau, um was es in Adopt Me geht. Es ist auf jeden Fall was mega cooles, was vielleicht manche sehr gerne mögen. Und ich freue mich auch mega drauf. Es geht um ein, ich sage es einfach, um ein neues Haus. Aber ich sage nicht, welches neues Haus. Es ist mega groß. Und ich sage mal so, ich schwöre es, Leute. Ich schwöre, es ist nicht das Apartment. Es ist nicht das für 8000 Bucks. Es ist es nicht. Es ist es absolut nicht. Ähm, ja. Genau. Aber mehr dazu sage ich nicht. Und wir sind Crewmate, ähm, sage ich drei Jahre erst später. Aber an alle, die es nicht wissen, so. Ich bin Crewmate und, ähm, ich mag Among Us mega gerne. Aber ein Poster mag ich noch lieber. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Among Us auch spielt und ob ihr es gerne spielt und ob ihr es überhaupt kennt und ob ihr es überhaupt spielt. Und, oh man, ich möchte gerne drücken. Lila Sass. Also Lila Sass heißt verdächtig. Also verdächtig, weil die verfolgt mich so. Äh, ja. Okay. Oh je. Ähm, ich finde Lila ziemlich... Okay. Verstecke mich hier mal. Oh mein Gott. Ähm, 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 Chian, äh, Leute. Äh, Chian, ähm, Kill, äh, Red. Chian Kill Red. Ähm, es ist, ähm, Türkis. Chian Kill Red. Ähm, bitte glaubt mir, Leute. Please, 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 please. Wirklich. Ich hab's genau gesehen. Deswegen, Leute, ein Tipp, wenn ihr Among Us spielt. Immer wenn zwei Leute zusammen sind, stellt euch irgendwo weiter hinten hin, ähm, damit man sehen kann. Ähm, ja. Macht den Profi. Ich bin, ne, Quatsch. Bitte, bitte nimm doch Chian. Please, nimm Chian. Also, Türkis. Das wär mega nice. Ehre. Ähm, okay, die voten alle. Bitte, bitte, bitte. Black hat noch nicht. Nein, nein. Oh, hä? Och, Mensch, es kinders. Nicht Red. Ach, oh. Bin ich irgendwie blöd oder so? Hä, bin ich blöd? Was laber ich eigentlich? Hä, ich check nix. Hä, hat der nicht rot? Hä? Leute, ich check nix mehr. Versteh nix mehr. Egal, wir machen jetzt einfach ganz gitschett unsere Aufgaben. Ich weiß nur damit, dass Chian ist. Huch. Oh. Hä, da liegt doch rot. Ach, es gibt zwei rot. Chian. Kill. Red. Ach so, es gibt zwei rot. Eigentlich ist es nur ein Hänger, weil eigentlich sollte es nicht so sein. Haha, wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Ähm, ja, schnell, 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 schnell. Ja. Okay, super. Ähm. Ich hoffe, wir sind dann im Poster in diesem Video noch. Weil, das ist ja richtig cool. Also, am Anfang, ähm, L und No. Also, ich weiß nicht. Kein Plan. Ähm, Ka. Keine Ahnung, warum es zwei rot gibt. Ähm, jetzt nicht mehr. Es gibt ein I. Ähm, okay. Okay, 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 okay. Oh, Chromat. Okay, ähm, das ist dann schon die letzte Folge oder letzte Runde. Besser gesagt. Mh, mh. So. Ich habe auch schon eine gute Idee. Wenn ich einmal gedingstgekitt werde, dann, ähm, endet das Video. Also, mache ich das Ende. Ja, nicht das Video, genauso. Okay. Ähm, nee, wo gehe ich bitte hin? Ähm, wir müssen das hier, äh, gut, äh, machen. So. Nein, das ist das Falsche. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Äh, so. Wir haben nur noch zehn Videos. Ah, okay, alles gut. Ich gucke mal bei den Kameras, Leute. Okay, nee. Leute, das war es dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwie geht es hier nichts weiter. Deswegen, ja. Ich hoffe, es hat euch einfach mal gefallen. Ähm, das war es mit meinem Video. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Das war's.